In der heutigen News-Folge geht es um vorläufige Alternativ-Kalender für die Saison 2020, Pirelli entsorgt 1.800 Reifen. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Auf motorsport.com wurde dieser provisorische Kalender veröffentlicht. Anhand dieser Grafik kann man erkennen, dass die großen Preise von Australien, Bahrain, Spanien und Monaco abgesagt wurden und 2020 nicht mehr gefahren werden. Hier kann man erkennen, dass der Kalender über 5 Doubleheader und sogar einem Tripleheader verfügt. Der Plan von Ross Braun ist es, das Grand Prix-Wochenende um einen Tag zu kürzen, weshalb der von den Teams unbeliebte Tripleheader, also drei aufeinanderfolgende Rennwochenenden, nicht mehr so das Problem ist. Er möchte gerne, dass die Teams flexibel sind. Pirelli musste nach der Absage des Australien-Grand Prix 1.800 Reifen wieder entsorgen, wobei einige auch nach Bahrain und Vietnam verschickt wurden. Bei Rennen in Übersee müssen die Pirelli-Ingenieure die nicht benutzten Reifen wieder von der Felge nehmen. Das liegt an dem Transport der Felgen per Flugzeug und der Verantwortung der Teams. Es könnte sein, dass sie bei der Demontage beschädigt werden könnten und von daher sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Bei Rennen in Europa dürfen sie inklusive Felge auf der Straße transportiert und auch noch verwendet werden. Etwa 560 Regenreifen müssen vernichtet werden, falls es mal zu keinem Regenrennen kommen sollte. Wenn die Reifen unbrauchbar geworden sind, werden sie zerkleinert, damit diese in den Container passen. Dann werden sie nach Großbritannien verschickt, wo sie in einer Zementfabrik nahe Ditkot recycelt werden. Die Verbrennung erfolgt bei sehr hoher Temperatur und Energie wird dadurch auch erzeugt, aber keine Umweltverschmutzung. Kommen wir zu Mikes Meinung. Mit dem vorläufigen Kalender kann ich mich anfreunden. Klar, es wären ein paar Grand Prix nicht dabei, unter anderem auch der Klassiker in Monaco. Mal sehen, ob der Kalender so oder so ähnlich bestätigt wird. Mit einem Zwei-Tage-Rennwochenende habe ich kein Problem, gerade beim Tripleheader zum Abschluss der Saison. Das ist für die Teams und auch für DHL besser als noch vor zwei Jahren. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Luis Parsler. Er schreibt, die normalen Videos sind zwar informativer, aber der Newsflash ist halt kurz und knackig und man muss nicht so lange aufs Video warten. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, auf was der Kommentar bezogen ist, hier die Kurzfassung. Ich habe euch am Samstag über Social Media und der YouTube-Community-Funktion gefragt, was ihr lieber mögt. Den Newsflash oder die regulären News? Drei Plattformen haben unterschiedlich abgestimmt, von daher bin ich zu folgendem Entschluss gekommen. Sollte es mal zu Breaking News kommen, wie zum Beispiel dem McLaren-Rückzug aus Australien, werde ich den Newsflash rausbringen, da das kurz und knapp zusammengefasst ist und ich keine fünf Stunden brauche, um das Video zu erstellen. Bei Standard-Nachrichten bleibe ich bei den News, inklusive Mikes Meinung und dem Community-Kommentar. Das soll es mit den News gewesen sein, falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video, ciao!